BIP 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 Wird's denn hier neu? Nein, ausschalten. Systeme. Stromversorgung. Maus. Zum Einsehen der Karte. Echt und zwei Positionen. Ödliche Systeme. Okay. Ja. Lautsprechersysteme. Hä, wo muss ich da draufdrücken? Ah. Hä? Ne. Hä? Lautsprecher aktiv. Stromversorgung 0. Wir entschuldigen uns äußerst für die derzeitigen Verspätungen. Okay, Lautsprechersystem ist aktiv. Achso, warte. Stop. Nein. Raum wechseln. Gibt's gar keinen Raum. Ja gut. Okay. Alter Falter. Workplace. Funken. Voll erschrocken ey. Ach ne, das ist ja die tolle Transitkacke da. Wo muss ich jetzt hin? Da oder hier? Oh, ein Spinn. Hoffentlich einer mit Material und keiner zu verstecken. Nein. 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 Wenn ich mich verstecken muss, dann muss ich das Spiel leider beenden. Die sind auch über diese scheiß Schächte, wo das Vieh rauskommen kann. Oh mein Gott. Was für ein Paket hab ich eingesammelt. Mal stehen die Leuchtfackele in der Hand halten. Psst. Ah. Wieder ein Toter, wieder Blut. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn das Alien sieht, dass wir in den Spinn reingehen und verstecken, ne, dann können wir's auch vergessen. Das Alien darf's nicht sehen. Oh, das Alien ist voll schnell. Wie soll man das denn schaffen? Wenn wir wegrennen. Hallo. Immer schön in der Nähe von den Spinnen laufen. Ah. Hä? Warte mal. War ich doch eben. Ja. Lautsprechersystem, wieso ist das schon wieder deaktiviert? Warte mal. Ich smier's mir erst. Nee. Jetzt ist es richtig. Hm, 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 hm. Ähm. ь.iyee. was jetzt können die hier noch irgendwas machen ich verstecke mich jemand hat vor mich zu erschrecken was ist das denn ich lass mal schneiden den kriegen wir wahrscheinlich noch Lorenz Sisteck Lobby Security guten Tag vom Gesundheitsamt ich mach eine Kontrolle ok die Tür ist rot ich geh wieder ich krieg kein luft oh mein Gott ist das dunkel soll ich hier raus nee doch toll und Scherz oh man what the fuck hallo ich hau dich kaputt nein toll wo ist die hin Leute, wo ist die hin? Wo ist die denn hingerannt? Ist die noch da draußen oder was? Okay, hier ist zu. Ja gut, die sind mir aber lieber als andere gewisse Viecher. Was haben die denn hier gemacht? Versuch die Tür aufzumachen oder was? Ich geh jetzt mal da hoch. Ich geh einfach mal rein. Keine Ahnung. Oh. Hey. Alter. Hallo. 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 Okay. Geht doch. Sprengkapsel. Mit der kann ich noch nichts anfangen mit den Sprengkapseln. Oh Mann ey. Revolver Munition drin. Jetzt hab ich das Alien an der Backe und diese Vollidionen. Ich hab so viel Angst oder was heißt Angst? Ich bin so aufgeregt. Gerade in dem Spiel. Ey das ist sogar mein Essen wieder. Dass ich aufstoßen muss. Von lauter Aufregung. Oh. Oh. Tolle Metall überall. Knarrt und knirscht. Macht mir Angst. Ich verschritte. Andere Schritte. Einer von den Pappnasen die hier rumlaufen. Was ist das denn für ein Knopf? Netzwerkverkabelung. Sehr gut. Bip 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 bip. Atari 2000. Luftreinigung. Lautsprechersystem. Ach. Warte mal. Das müssen wir das ausmachen. Keine Ahnung ob das jetzt was gebracht hat die Luftreinigung anzuschalten. Was ist hier los? Strom wieder herstellen. Ja. Schön. Ich will ja normal laufen aber dann sehen die mich wieder und schießen direkt wie bekloppt auf mich. Töten ja alles. Alles und Diäten. Was ist das? Eine Zeitung. Hallo. Jemand zuhause. Hier schönes. Bleb 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 bleb. Ein stabiles System. Toll. Ah ein Ventilator ist angegangen. Strom wieder herstellen. Schön. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie stelle ich den Strom wieder her? Naja. Ich muss immer Strom wieder herstellen. Egal in welchem Teil von dem Spiel. Wäre schon mal. Das Problem. Hier vielleicht jeden Knopf oder so. Was ist das? Kann man da rein? Auch Strom wahrscheinlich. Ne. Sicherheitszudingswurz. Irgendwas. Ich habe da irgendwie noch keinen Plan von diesen Netzwerkdingern hier. Ich meine ich kann das umstellen. Aber was bringt das am Ende? Gar nichts. Geht's. Traubenmatsch. Die Trauben sind soweit. Bravo. Wo ist die Tussi denn hin? Die ist abgehauen. Ist weg. Sensor. Schrott. Ich brauche Pläne. Das ganze Material bringt mir nichts. Da müssen wir rein. Das. Kommunikations. Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin. Dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Ahaha. Kolik. Willst du es wirklich resieren? Okay. Nein. Ja. Wo kriege ich jetzt so eine Datenzelle her? Pfff. Die findet man ja auch so einfach. Wahrscheinlich. Toll. Ach. Verdammt. Ich brauche diesen blöden Plasmaschneider. Ich brauche nochmal wieder einen Speicher. Punkt. Und solange die da mit ihren Waffen rumlaufen. Kann von mir aus das Alien kommen. Kann von mir aus das Alien kommen. Scheiße. Und jetzt? Oh. Toll. Jetzt stehen die da die ganze Zeit. Ich muss speichern. Verdammt. Hallo? Kann ich mal verschwinden? Hallo? Sie ist weg. Wo ist er hin? Wo finde ich denn so eine scheiß Zelle? hier? Ich bin froh, dass ich euch gefunden habe. Ich bin froh, dass ich euch gefunden habe. Und da steht jemand. Nein. Leute. Wie komme ich hier wieder raus? Kommt mir vor, als könnten wir nur rum und warten auf den Tod. Ja. Au. Aua. 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 Toll. Aua. 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 Bis zum nächsten Mal.